Er ist Sportwissenschaftler, Unikonzent, ehemaliger Kickbox-Weltmeister, Sportlehrer, mittlerweile auch TV-Experte und jetzt gleich an meiner Seite. Bitte begrüßt mit dem größtmöglichsten Applaus hier als erstem Echt auf der ATX-Bühne, Dr. Daniel Gärtner an meiner Seite. Sei gegrüßt, schönen guten Tag, alle zusammen. Natürlich präsentiert von Quadwäden, Hersteller und Vertreiber von Equipment-Rückten, das Thema Knapp-Sport. Ich habe es gerade schon erwähnt, du bist so unglaublich sportlich. Knapp-Sport Das FIBO-Power-Programm, das offizielle Programm eröffnen dürfen, hier mit der Dr. Daniel Gärtner Kuntai-Ko-Kampf-Sport-Show. Um den Reihen wieder zu vollziehen. Dr. Daniel Gärtner direkt neben mir, daneben Andreas Holzner. Gerne nochmal einen fetten Applaus von allen, die jetzt schon auf unserer Bühne stehen.